Hallo, mein Name ist Manfred Ruppert. Ich möchte nun ein Feature des Epson ET M2140 vorstellen, das mich neben seiner wirtschaftlichen Druckweise am meisten beeindruckt hat. Es geht hier um den Duplexdruck, das heißt das zweiseitige Bedrucken von Papier, ohne dass das Papier manuell gewendet werden muss. Der Drucker erledigt das alles von selbst. Gleich geht's los. Jetzt geht's an der Ach, das ist schreibe. Da ist schreibe. Dann schreie mich. Geht ihr los. Dann schreie mich. Dann schreie mich. dann schreie mich. Dann schreie mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.